Hi, ich bin Lara und ich bin gerade im Carnival Motel. Hier gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Ihr habt Standardzimmer, aber auch einfach größere Zimmer. Perfekt für Familien geeignet. Es gibt hier außerdem auch einen Pool, einen Spielplatz und Spiele, die ihr euch hier leihen könnt und euch einen schönen Spieleabend machen könnt. Ansonsten super gelegen. Das Stadtzentrum ist nicht weit entfernt. Der Strand ist fußläufig zu erreichen. Ihr könnt hier auch einen Raum mieten für Feierlichkeiten, wenn ihr Geburtstag feiern wollt oder irgendwas anderes. Außerdem gibt es nebenan noch eine Bar und ein Restaurant, der ihr sehr lecker essen könnt. Kann ich nur empfehlen.